UNTERTITELUNG HALLO Ähm, und die Kamera. Kleine Problemchen. Äh, Tin. Haben wir Tin schon drin? Wir haben noch keinen Tin-Latten. Äh, wir brauchen noch mehr Pipes als hier. Sekunde. Hast du einen Rein gemorfen? Ah ja, da kommst du. Ja, wohin gehen sie jetzt, aber das ist die Frage. Oh, Schoko, könnte ich mich nicht wegwerfen, hab ich gebraucht. Bitte nicht in die Void Pipes. Kleine Aus, schönes Brav. Da ist die Droppen raus. Äh, mir fliegt der Dürb in die Ohren. Ja, weil ich gerade ein bisschen... machen muss. Ich hab die Toil. Ich hab die Toil. Ich hab die Toil. und ich hab die Toil思ありがとうございます. outtam. Und mit Wurden raus. Wir fliehen trotzdem gerade da durch. um dalANE Ich weiß, okay. Was, ach du heilige? Schmeiß den Blöd bitte weg. Ich mag nicht, wie es gesagt ist. Ich weiß, ich soll nochmal Erze gehen mit Goldkrabbel. Ich hab grad ein bisschen mit dummen Sachen zu tun. Zum Beispiel, jetzt brauchen wir nicht unbedingt. Aber brauchen wir auch nicht. Das war's jetzt. Ich lass den Blöd rein. Da war er. Stammt schön. Hast du schon einen Aufblick angefangen zu aufnehmen? Awww, ich vergesse das immer. Ich bin vergesslich. Stimmt, ja, ja, weiß ich jetzt, weiß ich es wieder. Nein, ich bin halt vergesslich. Nee, nee, nee. Jetzt brauchen wir nämlich Sturm. Und dann... Ich verstehen kann, aber es ist nicht so gut. Sag mal, ich bereitige jetzt mal was Witziges vor. Kommt da Flasch und Cobblestone? Ja. Ach so, ist okay. Okay. Wie geht das denn? So, okay. Hallo. Ich glaub, die euch nicht aufhört. Schau mal hier. Schau mal, ja, Rad hier. Rad hier, du kannst dich ordentlich hinsetzen. Und schaust du, hier. Oh, hey. Na, kannst dich später hinsetzen, wenn du willst. Und wer wollt noch was automatisieren? Aber ich glaub, erst in der nächsten Folge. Ähm. Ich renn nur runter, Sekunde. Hallo? Willst du auch gern Lampfen? Hier kannst du ja überall dein Körping tun. Ich habe gerade dabei. Warte, ich muss mir jetzt eh erst mal Plastik machen. Sollen wir erst den Fischer... Dann mach ich dir erst das Plastik, weil der Fischer kann ja warten. Wie viel Plastik? Du brauchst doch diese... Was kannst du eigentlich sagen? Ja, du kannst es dir hin und dafür was rausnehmen. Hinten in der... ...Gottniss. 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 Ja, ich werde ein bisschen Plastik machen. Was ist da? ...Gottniss. Ja, das ist ein bisschen quip. Das kommt nicht. Das kommt nicht. Das kommt nicht. Nein. Wieso? Aaaaah. Wenn du mal Bäume fällen... ... und dann kann ich mich hier mal schnell... ...check. ...Gottniss. 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 Okay, jetzt läuft alles. Jetzt kommt noch nichts. Ja. ...Gottniss. Fast. ...Gottniss. Exid geschmolzen werden. Bauxit. Nein, nein, nein. Ja, nicht irgendwie. Okay. Wir kommen mal an. Ich traf die Maschine. Eine Sekunde. Ich bin gleichwertig. Ich bin gleichwertig. Ich was mich anzupackt. Ich, die, die... omg. Guck, kann es auf Fernsehen schauen. Schaut, hier. ist super toll war ja auch immer Spaß, was soll ich machen? Hilf, was soll ich machen? Eieren wird hier geschmolzen Hier unten kommt Eisner aus Klienter, Klienter, Klienter Die kommt hier Ja, hier kommt hier Elf Ja, hier ist Weißte nirgends wo Eisner ist Oh, aber wie viel Pläne Tompelt bei euch war noch einer? Ey! Wollt ihr auch einen? Mach hin, du mich kind Okay, nein, nein So, von wem du gehst an meinen Meinz Aber was brauche ich jetzt dafür? Ähm, kannst du vielleicht zufällig einen ähm, Factory Machine Block für mich mitcraften? Äh, kannst du mal entlocken? Hier unten Ja, sehr gut Ja, sehr gut Räuchte ich nur noch Plastik Hast du noch drei Plastik? So, drei Plastik Stacks? Und wie viel? Äh, äh, äh? Ich brauche davon nur noch eins Razzino musst mir helfen mit, äh, einem Rubberbaum zu suchen Weil umso länger dauert es, bis wir die Quest abgeschlossen haben Ja, das ist immer noch Oups Wie du da liegst. Hat erst mal das gerade gesehen? Also dass ich auf dir rumgetanzt bin? Okay, das ist... Ja, da, da, da. Hätte ich Optifan, könnte ich auch dran tun. Nein, 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 nein. Ich habe nur keinen Blassensschimmer. Ich habe einen Rubberbaum. Ne, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte einen Rubberbaum, aber das ist... Ich weiß nicht einmal, wie Rubber so richtig aussieht. Oh, die hat ein Hütchen auf dem Kopf mit einer Ente. Wie sieht nun mal ein Rubberbaum aus? Du leckst gerade ein bisschen, glaube ich. Ganz hier? Du hast gerade geleckt. Du hast gerade geleckt. Kann sein. Nein. Äh, will ich... Nein, ich habe immer nebenbei meinen Pin. Und der wagt gerade auf 12 ms. Wie kann ich das gar nicht tun? Ähm, ich trau es mich nicht an. Uh! Uh! Ich war im Wasser! Ernsthaft? Ganz, ganz ernsthaft? Dieses Spiel mag ich einfach nicht. Hat sich da irgendwas an der Minecraft-Physik verändert? Ich war im Wasser. Pieper. Tschüss. Oh no, wieso muss ich eigentlich immer ich habe? Ja. Hey, du bist von der Minecraft-BVP-Gruppe. Wäre das deine Aussage gewesen? Doch, ich probiere es noch einmal. Ich muss dann nämlich nach unten. Ah, jetzt hat die Minecraft-Physik funktioniert. Dankeschön, Minecraft-Physik. Du brauchst gar nicht so rumsingen. Rabaraba, ich hab ein Rabarbo. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Abba. 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 So, gehst jetzt wieder nach Hause. Seppling! 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 Drei Stück hab ich erstmal an Sepplings. Klebt ja alles den Boden durch. Ey, ich hab ja schon eine Galerie an Dead Points, ey. Jetzt muss ich erstmal wieder nach Hause kommen. Jetzt muss ich erstmal wieder nach Hause kommen. Drei Stück hab ich was mis, sorry. Ich hab das Boot nach Hause kommen. Ich bin glücklich. Dann muss ich zu Hause kommen. Und jetzt muss ich genau die Gitarre rein. Ja, ich werde nach Hause kommen. Ich höre ein Sohnem. Ja, ich bin glücklich. Also, vergleosexual zu wechseln. Ich habe eine Mose-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au-Au yang ist. Dr. Ratsk. Oh. Bis zum nächsten Mal.